Wie war nochmal die Anmoderation? Tja, das ist ja ungünstig, wenn wir das nicht mehr wissen. Ist ja so, als würden wir... Wenigstens sagst du wir. Ist so, als würden wir unseren Podcast ja überhaupt nicht regelmäßig aufnehmen. So war das nicht geplant. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge So war das nicht geplant mit Reni. Hallo. Oh Gott. Wir nehmen jetzt Pornos auf. Und Melina. Hey, ich bin auch am Start. Hey, Mensch. So und Reni, du, ich hab da mal ein paar Fragen an dich. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, das wird heute sehr deep. Also, was hältst du bzw. denkst du von Influencern, die ihren Lebensunterhalt mit dem Influenzen verdienen? Vollkommen legitim. Habe ich nichts gegen. Hast du Angst, zu viel zu arbeiten? Angst, weiß ich nicht. Bock, äh. Bist du gefährdet, süchtig nach Aufmerksamkeit und Anerkennung zu sein? Ja. Würdest du, wenn dir jemand 1000 Euro gibt, irgendein Produkt auf YouTube oder auf Instagram vorstellen? Äh, nicht, nicht irgendein Produkt. Das müsste schon was sein, wo ich sagen würde, da stehe ich hinter. Und inwieweit bist du motiviert, regelmäßig Videos für YouTube zu machen? Ey, mein Motivation is there, ja? Also, please. Ich bin motiviert. Kannst du dir ungefähr vorstellen, welches Thema heute drankommt? Äh, ja, Influencer und Influenzen, also allgemein Social Media, würde ich jetzt sagen. Social Media und was das... Ja, aber auch in, ja? Was das für Auswirkungen auf das Leben hat. Genau, also auch in Richtung so Workaholic und dass man sehr schnell suchtgefährdet davon sein kann, zu arbeiten. Das ist heute ungefähr so, äh, das Thema, worüber wir sprechen und wahrscheinlich wieder komplett irgendwo hin abdriften. Ähm, aber sonst würde der Podcast nicht so heißen. Ähm, nee, also ich würde, ich würde, weiß ich nicht, weiß nicht, wo würdest du den Schwerpunkt drauflegen? Auf YouTube oder auf Instagram, wo wir vielleicht mit anfangen? Ähm, ich würde mit Instagram anfangen. Okay. Weiß auch nicht. Ähm, das ist momentan so. Ich hab witzigerweise in der Zeit, wo ich die Stichpunkte, ich hab die ja schon was länger, die Stichpunkte, ähm, hatten wir auf jeden Fall einen Instagram-Account, den wir, ähm, gefolgt sind, aber nicht, äh, aus den Gründen, warum man Influencern folgen sollte, sondern eher, um uns da ein bisschen drüber auszulasten und, äh, eigentlich alles scheiße zu finden. Mittlerweile, ich weiß nicht, ich folge diesem Kanal nicht mehr, einfach, ähm, weil ich mir gedacht hab, das zieht mich nur runter und, ähm, ich folge doch nicht einer Person oder so, um mich schlecht zu fühlen oder um zu haten. Ja, ich kenn das, ich folge der Person auch nicht mehr, ich bin letztens sowieso durch Instagram durchgegangen und bin sehr vielen Leuten entfolgt, weil ich mir einfach dachte, pff, interessiert mich erstens nicht oder es tut mir nicht gut, aber witzigerweise krieg ich immer wieder, auch ich folge dieser Person nicht auf YouTube, aber ich kriege die ganze Zeit YouTube-Videos von ihr vorgeschlagen. Und, ähm, so mein Algorithmus sagt, hier, guck dir das an! Und ich denk mir so, nein! Ja, vielleicht hast du zu oft einfach, äh, ins Mikrofon den Namen gesagt und es hat sich gespeichert. Ich weiß auch nicht. Ähm, ich hatte, ähm, vor, ja, das ist, wie gesagt, schon was länger her, vor einigen Monaten ein Meeting mit meinem Netzwerk und da haben wir halt, ähm, über YouTube gesprochen, aber auch über Instagram bei mir und, ähm, da fing es halt schon an, dass ich kritisiert wurde, wie man es halt vom Netzwerk, beziehungsweise man bekommt was vorgeschlagen, äh, wie man zum Beispiel den Instagram-Feed, also die Bilder, die man hochlädt, ähm, gestalten soll, dass es vielleicht einfach einheitlicher von der Farbe sein soll oder immer den gleichen Hintergrund, einfach so ein Wiedererkennungswert, ähm, mehr identische Bilder und, ähm, mehr Struktur und ich hab das halt überhaupt nicht, weil ich sehe, ich sehe Instagram halt bei mir so eher, okay, Leute, ich zeig, wo ich gerade bin, anstatt so als Marketing-Plattform und ich, äh, ich frage mich, das machst du ja eigentlich auch so, ne? So wie du. Ja. Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich kann das voll nachvollziehen, dass es aus einer, ähm, geschäftlichen Sicht schon Sinn macht, aber, ähm, wir kennen das ja von auch gewissen Kanälen so das, die das eben so machen und ich muss sagen, es stört mich eher mittlerweile, also zumindest, wenn ich immer den gleichen Hintergrund sehe, weil ich dann denke, ich kriege von der Person ja, also ich sehe Instagram auch für mich eher eine Person, ich weiß, dass die Personen nicht meine Freunde sind, die ich da sehe oder weißt, was auch immer, aber ich finde... Aber du willst was aus dem Leben erfahren. Genau, ich will was aus dem Leben erfahren. Ich will so ein bisschen so hier, keine Ahnung, Influencer, die, keine Ahnung, auch, keine Ahnung, so Leute, die ernährungstechnisch was machen, wo ich denke, so, ja, das interessiert mich so, keine Ahnung, es muss nicht meine Ernährung sein, aber ich will was über die erfahren, wie die kochen, was, what I eat in a day und so ein Kacke alles. Und, ähm, wenn ich die ganze Zeit immer nur einen Hintergrund sehe, so, und dann habe ich das Gefühl, ich bin auf einer Werbeseite. Ist auch teilweise geil. Ähm, du hast ja zum Beispiel, wahrscheinlich willst du es nachher nochmal sagen, einen zweiten Kanal gemacht, wo du halt Bücher, ähm, wo ist halt der Marketingaspekt dann... Genau, und das kann ich dann eher nachvollziehen, weil dann kann jemand, der sagt, ich interessiere mich jetzt gerade speziell für das Thema Bücher, auf diesen Kanal gehen und sagen, ich gucke mir das an. Aber wenn ich jetzt sage, ich will eine Person auf Instagram folgen, dann finde ich schon mal ein gleicher Hintergrund und sowas eher ungünstig. Das, was ich verstehe, aber was ich auch bei letztens jemandem, der, der es wunderschön gemacht hat, ähm, aber wo ich das auch zu extrem fand, ist die gleichen Farb, also die gleiche, ähm, wie das gleich bearbeitet ist, dass du einen gleichen Farbton hast. Das gleiche Filter oder sowas. Ja, genau. Das finde ich sogar ein bisschen besser. Da sage ich, okay, da habe ich eine Einheit, aber ich finde trotzdem... Nur wenn das zu extrem ist, dann finde ich das wieder langweilig. Ich denke, mir jedes Foto sieht irgendwie gleich aus, interessiert mich jetzt nicht weiter. Ähm, aber wenn man so ein bisschen sagt, zum Beispiel, wenn ich meine Bilder bearbeite, man wird das wahrscheinlich nicht sehen, aber ich gehe immer in die gleiche Bearbeitungsrichtung. Also ich gehe immer, dass die einigermaßen aussehen, jetzt bei, jetzt zum Beispiel bei dem, äh, Wednesday-Adams-Bild. Aber sonst gehe ich immer in die Richtung, dass die warm sind und so, also eher im warmen Farbton gehalten sind und sowas. Also das mache ich schon, aber jetzt nicht so extrem, dass man das jetzt so extrem sehen würde. Das finde ich doof. Also da bin ich zu wenig Instagram-Business-mäßig aufgestellt, dass ich das mache. Aber findest du das nicht irgendwie traurig, dass, ähm, marketingtechnisch, ähm, es beziehungsweise einfach professioneller aussieht, wenn man eben diese, diese Struktur drauf hat? Und dass das bei vielen Leuten einfach viel mehr so ins Auge, ans Auge fällt und dass man viel weniger, man so, man darf vielleicht kreativ sein, ja, aber, ähm, so vielleicht viel weniger, also Instagram war am Anfang ja, okay, authentisch, aber nicht, aber durch die Storys irgendwie schon. Also klar, da sind sehr viele Posing-Sachen oder hey, guck mal, ich bin schon wieder im Urlaub mit Bikini oder sowas, ähm, das ist schon sehr viel, aber durch die Storys kommt ja sehr viel Authentität rüber und ich finde einfach, wenn du aber dann, also, du musst dich halt selber als Influencer, beziehungsweise nicht als Influencer, aber wenn ich jetzt, ähm, mit einer größeren Zahl, mit einer größeren Reichweite auf YouTube, auf Instagram bin, muss ich mich fragen, möchte ich da, ähm, welche Zielgruppe möchte ich da bedienen? Und ich finde es schade, dass ich mich entscheiden muss, möchte ich die Marketing-Strategie benutzen und damit vielleicht Geld machen oder möchte ich die authentische machen, ähm, wo ich sage, ja, aber, äh, das bin halt ich und vielleicht, ähm, ja, sehen Leute, dass ich authentisch bin. Also, ich finde, das kann man halt einfach, ich finde, erstmal kann man das keinem vorwerfen, wenn du die Strategie fährst, ist das deine Sache. Nee, das ist auch kein Vorwurf, es ist trotzdem einfach für einen sehr schwer, welche Richtung man gehen will. Ähm, weil die Sache ist halt die, ähm, das zieht ja und das zieht, das, also das zieht ja Abonnenten schon an, kann man ja nicht anders sagen, aber das war ja schon immer in der Werbung so, du brauchst das immer schon ein Konzept, du hast dir immer schon irgendwie überlegt, wie, ähm, also es ist ja in Werbungen nie zufällig, wo jetzt eine Pflanze steht oder wo jetzt, wie das aufgebaut ist. Das ist ja immer so aufgebaut, dass der Blick, dein Blickfeld genau dahin fällt. Aber ist das nicht schade, dass man sich trotzdem, äh, speziell darauf so fokussieren muss, okay, wenn ich Influencer sein will, dann muss ich die und die Kriterien erfüllen, dass du nicht einfach du selbst sein kannst und einfach irgendwas machen kannst und dann damit auch Erfolg hast und, äh, vielleicht deine Werbedeals auch bekommst. Es gibt ja Leute, die das können, also es gibt ja durchaus Leute, wo ich sehe, okay, die haben jetzt vielleicht ein bisschen Struktur drin, jetzt aber auch nicht die größte Struktur und die sind trotzdem Influencer, aber viele kommen davon, auch von YouTube und haben schon ihre Community. Ja, ja, aber ich kann sagen, also wenn man sich so eine Baby oder so anguckt, die scheißt auch da drauf, so ein Baby scheißt auch da drauf, aber die haben es halt auch nicht mehr nötig. Ich glaube, das ist so das Ding, wenn du jetzt wirklich mit Instagram brauchst du irgendwie so einen Style und das, ich weiß nicht, ob ich das schade finde, weil im Endeffekt müssen wir uns ja selbst an unsere Nase packen, dass wir auf sowas steil gehen, sozusagen. Ähm, weiß nicht, also, ähm, ich glaube immer noch daran und du wirst es weitaus schwerer haben, wenn du dich nicht nach der Formel richtest, wenn du dich nach der Formel richtest, ne? Und das ist auch so ein bisschen Frage von, wo ist meine Würde? Jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine das jetzt nicht böse, aber du kannst, also es ist nicht schwierig, auf YouTube erfolgreich zu werden, auf Instagram erfolgreich zu werden, du musst dich nach einer gewissen Formel richten und dann kriegst du eine Base an Abonnenten. Vielleicht wirst du kein Millionen-Youtuber, aber es ist nicht so schwierig, das zu machen. Es ist nur die Frage, wo sagst du, ist es mir das, ja, ist es mir das wert, dann auch bestimmte Videos zu machen, um eben diese Abonnentenzahl zu erreichen oder sage ich, nein, ich möchte mit dem, wo ich meine Leidenschaft für habe, bekannt werden oder da. Aber genau das, das meine ich halt, ne? Klar ist das schade, dass das nicht funktioniert immer. Klar, also das wäre, wenn ich jetzt sagen würde, nö, keine Ahnung, finde ich, klar. Also wenn ich jetzt sage, ich gebe meine Leidenschaft da dran und kriege einfach keinen Abonnenten, weil ich mich nicht nach keinem Konzept richte und nicht den nächsten Hall mache, nicht den nächsten Prank um die Ecke bringe, dann ist das schade, ja. Ja, vor allem, also es ist halt, und da, da, da kommt jetzt halt auch so die, die Frage, wo ich meinte mit, ähm, Aufmerksamkeit und Anerkennung. Es ist halt so, wenn du, wenn du dem Mainstream, äh, oder dem Trend nachgehst, bekommst du halt deine Aufmerksamkeit und, ähm, deine Reichweite und du fühlst dich dadurch einfach auch durch, dadurch bestärkt, du bekommst mir Selbstbewusstsein, ähm, und eben dadurch kriegst du ja eventuell auch Werbeverträge und, ähm, kannst dazu dann, ähm, dir mehr leisten, deinen Lebensunterhalt eventuell tatsächlich dadurch verdienen. Und das ist einfach so, was richtig schwer ist und was auch Leute unterschätzen, ähm, dass man moralisch dafür auch irgendwie bereit sein muss. Ja. Also zu sagen, ähm, einige haben kein Problem und sagen einfach, ich fahre die Marketing-Schiene. Ich zum Beispiel konnte das halt irgendwie niemals. Ich tue mich, äh, schon schwer, wenn ich bestimmte Bücher oder so vorgeschlagen bekomme und dann, ähm, die Absage sagen muss, wo ich denke so, eigentlich, ne, muss ich mich nur davor stellen und das Buch vorstellen und sagen, das ist ein Buch, hey, toll, schön, bis zum nächsten Mal. Aber ich kann das halt mit mir nicht immer unbedingt vereinbaren. Ja. Also früher, ähm, habe ich es trotzdem gemacht, muss ich ehrlich gestehen, aber mittlerweile achte ich da tatsächlich drauf. Du, also ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn du die ganze Zeit nur immer Werbung machst, dann, ich finde, ich weiß nicht, vielleicht zieht das bei anderen Leuten, aber gerade, wenn wir auch an bestimmte Personen denken, aber habe ich das manchmal das Gefühl, wenn Leuten immer alles gefällt, was zeigen und die jeden Scheiß zeigen und ich mir dann irgendwann denke so. Ja. Und vor allem, dass... Also auch an jeden Scheiß mitnehmen, ja. Und vor allem, wenn ich mir sage, entweder ich mache einen Marketing-Channel in der Richtung, dann präsentiere ich aber nur das Produkt, aber wenn man sich selbst immer da drauf bringt, hat man das Gefühl, das soll ja doch persönlich an mich gebunden sein und dann ist es für mich zu sehr, bin ich jetzt ein Werbegesicht oder was mache ich hier eigentlich? Ja, bist du eine Marke? Und das regt mich, dann kann ich diesen Personen nicht weiter folgen, weswegen ich auch ein Volk bin. Ja, weil das einfach nicht authentisch ist, weil sie einfach jedes... Weil es nicht authentisch ist und ich mich da einfach verarscht fühle irgendwann, weil ich mir denke so, ja, nee, gucke ich mal drauf, wenn ich wissen will, was es so Neues gibt, aber dafür muss ich nicht folgen. Dafür kann ich sagen, okay, gucke ich mal zwischendurch rein, aha. Nee, also dass sie dann alles geil findet und alles liest, alles guckt, überall war und sonst irgendwas, das glaubst du dir halt einfach nicht mehr, weil auch wenn sie das vielleicht Fulltime oder so macht, das schafft einfach kein Mensch. Ja, und da finde ich halt... Ja, aber also nochmal trotzdem so werbemäßig, also wenn ich zum Beispiel ein Buch rezensiere, ich mache das ja auch ohne, dass ich Geld dafür bekomme, sondern ich sage einfach, das Buch finde ich geil und stelle das vor. Und das ist halt super schwierig in der heutigen Zeit, das zu differenzieren. Wann kommt das für Leute, also wenn ich jetzt ein Buch vorstelle und das vielleicht tatsächlich geil fand, aber dafür Geld bekommen habe oder sowas, glaubt man mir dann trotzdem und ich lege das ja auch immer offen, ich mache es ja dann unten in der Infobox, lege ich es ja immer offen, aber wenn ich jetzt ein Buch gekauft habe, was ich auch immer explizit dann im Video sage und sage, ey, ich finde das voll cool, ich bekomme dafür kein Geld, vielleicht glaubt man mir denn dann auch. Also das ist... Ich glaube, das kommt sehr darauf an, wie authentisch du wirklich bist und wie authentisch du dich gibst. Das kannst du ja auch alles faken. Ja, natürlich kannst du das faken, aber wenn ich mir zum Beispiel... So, gut, ich kenne dich jetzt auch persönlich, deswegen ist es schwer, das von außen zu beurteilen. Aber ich hatte bisher noch nie das Gefühl, dass du zu so einer Sache, wo die Mehrheit sagt, das ist so richtig scheiße, sagst, ey, das ist super gut und ich kriege dafür Geld, so nach dem Motto. Ja, weißt du, was ich meine? Also das sind so Sachen, wo du weißt, okay, wenn das passiert, denkst du dir so, finde ich jetzt schon ein bisschen strange, weil, keine Ahnung, es kann ja sein, dass dir das gefällt und dir mehr halt scheiße. Du kannst ja anderer Meinung sein, aber es ist ein bisschen in dem Zusammenhang komisch. Und wenn du wirklich dir treu bleibst und sagst, ey, ich mach das publik in den Kommentaren und ich gebe halt auch immer eine Meinung zu den Sachen ab und sag, okay, das finde ich jetzt cool, das finde ich... Manchmal kaufe ich mir auch selber Sachen, dann finde ich, erarbeitest du dir auch so viel vertrauen. Das ist so eine Sache und du, vor allem, wenn du dazwischen halt Sachen machst, die halt nicht gesponsert sind, sondern deine Sponsorings auch so aufteilst, dass du sagst, okay, man hat so eine gute Mischung. Ich habe mal letztens, es gibt ein mega langes Video von mir relativ egal davon, wo sie auch über Brandteals redet und auch mal ausgerechnet hat, wie viel Geld sie verdienen würde, wenn sie praktisch... Alles annehmen würde. Alles annehmen würde. Und da hat sie aber auch hinterher gesagt, ja, wenn ich das machen würde, würde ich vielleicht einen Monat so viel Geld verdienen, aber dann würden meine Followerzahlen auch einfach sinken und ich würde irgendwann nicht mehr so viel Geld verdienen, weil Leute nicht mehr draufklicken würden. Und sie sagt in dem Video auch, dass sie sich sehr gut überlegt, was mache ich jetzt, was mache ich nicht, um authentisch zu bleiben und das funktioniert auch einfach. Ich finde sie mega authentisch. Ja, aber ist das dann, um authentisch zu bleiben oder ist das, weil sie auch wirklich dahinter steht? Das kann ich dir persönlich nicht sagen, weil ich es persönlich nicht kenne. Aber das ist halt die Frage, die als Zuschauer immer aufgeworfen wird. Du hast halt immer eine Grundskepsis irgendwie, ne? Aber du hast doch selbst so ein gesundes Menschenverständnis, dass du sagst, manche Leute, jetzt sind wir auch bei YouTube natürlich, aber manche Leute hast das Gefühl, da habe ich jetzt, da fühle ich mich ernst. Vielleicht ist es auch dann nur Marketing. Da bist du drauf reingefallen. Pech gehabt. Pussekuchen, ne? Aber du hast ja ein gesundes Menschenverständnis zu sagen, hm, ich weiß nicht, ob von der Beauty-Bloggerin diese DM-Tüte alles so ungesponsert war und, ne? Also so, das in der Richtung. Du hast ja so ein bisschen Menschenverstand, dass du sagst, okay, hier fühle ich mich jetzt ernst genommen. Das hast du vielleicht als jüngerer Zuschauer noch nicht. Das lernt man aber irgendwann. Ich habe auch Scheiße nachgekauft, als ich jünger war und mir dachte... Ne, ich mache es auch jetzt so oft noch. Deswegen, ich glaube, ich habe den gesunden Menschenverstand auch noch nicht erreicht. Also, was heißt Scheiße? Aber ich hatte zum Beispiel zwei Sleek-Paletten, Lidschatten-Paletten. Die waren gut. Ich habe die letzten erst weggeschmissen, weil ich mir dachte, Make-Up hat ein Verfallsdatum und ich habe das halt vor Jahren gekauft. Was? Ja, Make-Up hat ein Verfallsdatum. Aber du verschenkst es doch oder so. Nein, die waren... Die sahen auch nicht mehr appetitlich aus. Die sahen nicht mehr gut aus. Ja, so wenn du halt Make-Up und dann ist das alles verschmiert. Ich habe es ein bisschen sauer, aber es war einfach nicht mehr. Die waren auch kaputt, abgebrochen und so. Also, die waren halt über zehn Jahre alt und Make-Up hat halt echt ein Verfallsdatum. Okay. Also, Make-Up, Make-Up? Ja, vor allem, wenn du es dir Richtung Augen, so Lidschatten, Richtung Augen tust, würde ich vorsichtig sein. Also, ich bin jetzt auch nicht so ping, dass ich sage, uh, ich schmeiße das nach einem Jahr weg oder so, würde ich nicht machen. Aber die waren halt über... Also, wie alt bin ich? Ich werde 25. Die waren über zehn Jahre alt. Also, elf, zwölf Jahre bestimmt. Und da kann man schon mal sagen, hm, ob das jetzt noch so, so gut ist oder so, ne? Also, ich habe mir auch mal so einen... Ich habe mir auch einen Mac-Lippenstift gekauft. Ja, also... Und der hat fucking 15 Euro im Duty-Free im Flughafen gekostet. Also, please, Leute. Ich habe mir einen Mac-Lippenstift gekauft und das war nur, weil Leute das auf YouTube gesagt haben, dass Mac, egal, der mag ist. Der Lippenstift war gut, aber 16 Euro für einen Lippenstift. Ich habe mir jetzt... Ich habe mir jetzt... Ich habe mal für einen für 18 gekauft, aber dann hat er andere Gründe. Nicht, weil ich ein Gutfahrt. Ich wusste nicht, ob er gut ist. Warum hast du dir einen Lippenstift für 18 Euro gekauft? Kennst du nicht diese Beauty-Abende, wo eine Truße vorbeikommt? Ach so, ja, okay. So, und das war das Billigste und ich hatte mich schlecht gefühlt, dass sie sich den Arsch aufgerissen hat. Oh, geil. Und ich nichts kaufe und deswegen habe ich das Billigste gekauft und das waren 18 Euro für einen fucking Lippenstift. Also, jetzt nur noch kurz das Beispiel. Ich habe mir halt von... Mac, die sind roten Lippen, die klassischen. Ich habe mir jetzt letztens von... Ich mache jetzt Werbung für diese Marke, aber von Altera, dieser Kos... Ne, von Rossmann. Von der Naturkosmetik-Marke einen Lippenstift in rot gekauft, ne? Okay, Lippenstift weiß ich nicht, aber... Der hält einfach Bombe. Das ist ein matter Lippenstift und da kannst du trinken, essen, alles mit. Und der kostet 2 Euro. Krass. Und der ist Naturkosmetik. Das heißt, der ist nicht mehr an Tieren getestet. Also, come on. Also... Also mit Eyeliner und sowas kannst du mich mit Naturkosmetik jagen. Klappt alles von vorne bis hinten nicht. Ich weiß, aber du... Zum Beispiel... Du musst ja nicht Naturkosmetik, aber zum Beispiel Essence, Catrice, die sind alle nicht an Tieren getestet. Ist das so? Ja, Essence, Catrice. Ja gut, ich kaufe nur bei Catrice. Ich bin leider nicht so friedebewandelt. Das ist tierversuchsfrei. Die sind alle... Love auch. Love gehört zu der Gruppe. Sachen, die nicht sind, sind halt so Maybelline, L'Oreal sind ein bisschen kritisch. Aber, ähm... Wie gesagt, also... Also, so nach dem Motto, ich habe mich influencen lassen für eine Marke, habe mir einen Arschsteuer gekauft. Der war gut, aber ich habe für 2 Euro das gleiche Produkt eigentlich gekriegt. Also... Ja, man muss ja mal gucken auch. Manchmal sind es von den gleichen Marken. Ja, man lernt dazu in seinem Leben und lässt sich... Und hat dann ein besseres Gespür dafür. Und es gibt... Also, es gibt mal Leute, die sind einfach zu authentisch. Da kann ich nicht mehr mit. Da denke ich mir so... Hä? Wie? Ja, ich folge ja... Wie alles scheiße finden, oder was? Ja, nein, ich folge ja vielen Leuten, die so in dieser Natur vegetarisch-vegane Sachen sind. Ach so, wow. Ja, ja, ja. Und ich finde das okay und ich respektiere jeden, der das macht. Ganz ehrlich. Aber ich weiß, dass ich noch nicht an diesem Level angekommen bin. Und wenn mir dann jemand zu sehr Leute niedermacht, die noch Fleisch essen oder sowas, dann kann ich damit nicht. Dann sage ich, okay, das soll noch nicht sein. Das ist mir noch zu authentisch. Deine Meinung, da ist mir noch zu viel drin. Da müssen wir noch mal eine Pause machen und vielleicht bin ich irgendwann an dem Level, dass ich mir das wieder angucken kann. Aber momentan ist nicht der Fall. Wir waren aber gerade schon mal beim Thema so ein bisschen YouTube und ich würde das tatsächlich auch mal YouTube ein bisschen beleuchten. Und ich würde, glaube ich, ganz gerne hier erstmal einen kleinen Monolog halten. Okay. Weil ich ein paar Stichpunkte habe, worüber ich gerne reden würde und wo ich wahrscheinlich am Anfang ein bisschen mehr sagen kann als du. Und zwar, genau, also man unterschätzt, also ich merke immer wieder auf meinem Kanal und ich mache halt echt viel mehr Content als viele große YouTuber so. Und selbst da wird der Aufwand für ein Video unterschätzt. Bei mir sagt man, ja, das sind ja nur 15 Minuten Audio-Material. Das ist ja nicht so viel wie, wenn jetzt zum Beispiel eine Bibi zwei Tage lang vloggt und das dann zusammenschneidet. Klar, der Aufwand ist dann trotzdem ein bisschen anders. Aber trotzdem habe ich ja ein größeres Arbeitspensum, wenn ich mehrere Videos die Woche mache. Und also erstmal, die Arbeit von YouTube wird unterschätzt und ich muss immer an Stefan Rapp vor ein paar Jahren bei TV Total denken, wie der Bibi und Dagi bei sich hatte und sich halt über die lustig gemacht hat und die auch nicht zu Wort haben kommen lassen. Damals waren die, glaube ich, auch noch nicht so, die waren, glaube ich, 17 oder 18, die konnten sich auch noch nicht so wehren. Ist halt auch immer schwierig, gegen so einen Stefan Rapp anzukommen. Aber er hat halt quasi auch irgendwie gesagt, ihr legt euer ganzes Privatleben für Leute. Also wenn ihr ja so vloggt, klar, man kann bis zu einem bestimmten Punkt entscheiden, was reinkommt. Aber trotzdem, das ist ja sowieso wie Instagram-Stories, man gibt halt sehr viel von seinem Privatleben preis für Videos. Aber wo ist dann für jeden so die Grenze? Weil je intimer du wirst, desto mehr weißt du, dass du Klicks machst. Und das ist halt manchmal richtig schwierig. Also hat auch wieder was mit Authentizität so ein bisschen zu tun. Und was das Nächste ist, ist halt das Vorurteil, dass man von YouTube problemlos leben kann. Vielleicht die ganz großen Ja. Und ich hätte auch vor, weiß ich nicht, wann war das? Vor sechs Jahren unterschrieben, ja, man kann problemlos davon leben. Mittlerweile sage ich definitiv nein, kann man nicht. Man braucht eben dazu Produktplatzierungen. Eben, aber man muss halt immer gucken, dass man irgendwie dahinter steckt. Warte, was habe ich noch aufgeschrieben? Genau, und zwar, dann geht es halt nochmal um diese, das ist jetzt vielleicht eher auch eine Frage so an dich. Quantität und Qualität. Ich merke halt selber so für mich, klar, ich brauche dann, weiß ich nicht, für 15 Minuten Fanfiction, die ich selber einfach irgendwo aus dem Internet habe und nicht selber geschrieben habe, brauche ich zwei Stunden oder so, die zu produzieren. Jetzt mal richtig krass gesprochen, bis sie online sind, vertextet sind, geschnitten sind und sonst irgendwas. Was aber tatsächlich schwierig ist, wenn du einen nicht regelmäßigen Job hast, also mit regelmäßigen Arbeitszeiten meine ich jetzt damit und du hast einfach keinen Bock, dich jeden Abend nochmal zwei Stunden oder sowas dahin zu setzen und das zu machen, weil du kommst halt gerade von der Arbeit und wenn du deine zwölf Stunden gearbeitet hast, hast du nicht nochmal Bock, zwei Stunden weiterzuarbeiten. Ich meine, das kennst du auch und du hast weniger Formate als ich. Ja. Aber das Problem ist halt, also das, ähm, darf ich da kurz einhaken? Ja, mach schon mal. Weil ich witzig, ähm, ich habe ans letzten Ort gedacht, ich habe momentan, bin ich, ich wechsle ja Stellen und ich bin momentan bei einer Stelle, wo ich erstmal zu meinem Auto noch 15 Minuten laufen muss und dann muss ich noch eine halbe Stunde Auto fahren. Das heißt, ich brauche 45 Minuten, bis ich nach der Arbeit noch zu Hause bin. Und wenn ich jetzt morgen arbeite, ich bis 18.30 Uhr. Und dann brauche ich noch 45 Minuten, bis zu Hause bin. Dann nehme ich halb, Viertelnacht, sieben, halb acht bin ich zu Hause. Und ich habe mir letztens so gedacht, ähm, was mache ich denn abends? Ich habe das mal so beleuchtet und dachte mir so, hm, ich chill da und gucke YouTube-Videos, weil ich einfach keinen Bock habe, irgendwas zu machen. Im Endeffekt habe ich mir dann einmal den Satz aufgeschrieben, YouTube ist keine Arbeit, YouTube ist das, was du machen möchtest, YouTube ist Fun. Und das muss ich mir einprägen, habe ich mir gedacht, weil ich mir dachte so, dir macht Stream und YouTube einfach Spaß, das ist dein Hobby. Und wenn du, und, und, die Zeit solltest du dir einfach mal nehmen, weil du machst ja nichts Produktives und du weißt, dass wenn du das machst, dir das schon Spaß macht und du kriegst ja auch gerne das Feedback dafür. Und nur, ich bin manchmal einfach, ich denke mir so, ich bin so müde und denke mir einfach so, ja, aber wenn ich den Arsch hochkriegen würde und das machen würde, weiß ich, es macht mir hinterher schon Spaß, was ich gemacht habe. Ja, absolut. Nur, ich muss mir immer mehr, ich muss mir halt einreden zu sagen, es ist keine Arbeit, es ist keine Arbeit. Und mein Körper sagt mir aber, dass es Arbeit ist, weil es ist halt, ich muss was fertig kriegen, weil du dich trotzdem aufraffen musst. Ja, genau. Und momentan, ich kriege mittlerweile ja auch schon bei Instagram Fragen, wann kommt. Am Anfang denkt man sich so, ist witzig, dann ist man auf deinem Level und denkt sich so, ach, scheiße. Und dann irgendwann ignoriert man es, wie ich jetzt. Ja, und ich habe mittlerweile auch ein bisschen das Problem, klar, ich muss schneiden, aber so, dann wird man durchaus äußerliche Sachen auch noch, da ist man motiviert und wird dann durch äußerliche Sachen gehindert. Ich war jetzt vor zwei Wochen richtig erkältet und ich habe immer noch, meine Stimme ist immer noch nicht richtig wieder da. Und das ist so kacke, wenn du einfach mit deiner Stimme nur arbeitest. Und ich möchte eigentlich auch normale Videos aufnehmen und überlege jetzt aber, wie schaffe ich es, mir das so mit wenig Aufwand wie möglich zu machen, und dann denke ich mir so, ich könnte die auch nur mit Ton aufnehmen und dann irgendwelche Bilder drunter schneiden. Und dann denke ich so, ja. Also, ich muss mir halt einreden zu sagen, ey, es ist keine Arbeit, es ist dein fucking Hobby und du hast sonst keine Hobbys, du bist ein hobbyloses Kind, setz dich an den scheiß Schreibtisch und meinetwegen, wenn du keinen Bock hast zu schneiden, dann stream einfach eine Runde, weil du weißt, es macht dir Spaß und du spielst ein fucking Computerspiel. Wie kann das Arbeit sein? Also, für Leute, die das beruflich machen, also, für Leute, die das beruflich machen, also, ne, das ist fucking anstrengend teilweise. Und, ähm, und wenn man dann noch denkt, so, ja, und dann muss ich die ganzen Gaming-Sachen noch runterladen, damit ich die Zweitverwertung kann. Ja. Also, Leute, es ist zwar immer so First-World-Problems und ich weiß nicht, es gab letztens auch eine Reportage, wo zwei YouTuberinnen, also Jana Klar und Lisa-Sophie Laurent, sich hingestellt haben und gesagt haben, ich hatte ein Burnout. Und die haben eine echt gute Reportage. Da wollte ich nämlich gleich auch noch drauf. Und die haben eine echt gute Reportage. Kennst du die, hast du die gesehen? Wahrscheinlich. Äh, nee, ich hab da aber was anderes gesehen. Aber diese Reportage gesehen. Aber Burnout würde ich jetzt nachher nochmal ansprechen. Und diese Kommentare da drunter waren einfach nur so, ja, dann geht mal richtig arbeiten, äh, geht mal auf den Bau. Und ich hab mir einfach so, das ist so respektlos. Weißt du, ich hatte nach der Schule schon fast ein Burnout, ne? Und ich hab da noch gar nichts in die Richtung gemacht, weil die Gesellschaft heute einfach nur auf Leistung, Leistung, Leistung getrimmt ist. Und ich finde, du solltest niemandem das absprechen, nur weil er eine andere, ich meine nur, weil du dir ausgesucht hast, jetzt auf dem Bau zu arbeiten. Du hättest dich ja auch vor eine Kamera stellen können und vielleicht hättest du Glück gehabt und wärst Influencer geworden, hättest mal gesehen, wie scheiße schwer das ist. Ich finde das immer so dreckig zu sagen, ja, aber du hast, du, ich spreche dir das Recht ab, Burnout zu haben. Was eben auch noch ein Ding wäre, wo ich auch gleich drauf zu sprechen komme, ist, du bist halt selbstständig. Und dieser Druck dahinter, selbstständig zu sein, das Geld reinkommen muss, du darfst nicht krank sein, sonst irgendwas spielt ja noch mit dazu. Aber du hast es eher selber ausgesucht. Ja, fick mich. Ja, genau. Ich hasse sowas, ne? Wenn ich rum hier mache, oh, ich muss jetzt schon mit dir 12 oder 15 Stunden arbeiten, hast du dir das selbst ausgesucht? Ja! Ich hab mir den Job ausgesucht, weil er mir Spaß macht, aber 15 Stunden arbeiten, da hat keiner Bock drauf. Ja. So, also, ich stehe auch morgens auf der Ebene, boah, morgen denn heute den Tag für 18.30 Uhr. So, es kann manchmal sein, dass es echt Spaß macht, was ich mache. Ähm, auch wenn es manche Leute nicht verstehen, bei dem, was ich mir, egal. Ich nicht. Ähm, äh, auf alle Fälle, es kann, aber manchmal denke ich mir, ich denke mir trotzdem morgens, boah, ich würde jetzt gerne schlafen. So, so. Ja, klar. Das hat ja damit... Ich würde heute einfach frei haben und mein Zeug gerne machen, klar. Ja, genau. Und es ist trotzdem, es ist einfach Stress, die ganze Zeit ein Level zu bieten. Und das ist egal, ob du normal arbeitest oder das fucking selbstständig bist. Du hast immer den Stress, dass du sagen musst, ich muss heutzutage irgendwie Geld verdienen, damit ich davon überleben kann. Ja, gut, aber ich glaube, das war ja schon immer so. Ja, ja, aber du musst dir vorstellen, damals konntest du viel besser verdienen mit viel weniger Vorleistung, die du gebracht hast. Ja, genau. Wenn du überlegst, wie teilweise Leute bezahlt werden, die bestimmte Berufe machen, wo ich mich dann frage, so Leute, also... Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber dafür waren die Arbeitsbedingungen früher halt trotzdem nicht geil. Ja, klar, aber wie gesagt, ich finde halt, Leute, hört auf, anderen Leuten abzusprechen, dass ihre Arbeit anstrengend ist, nur weil ihr einen anderen Job habt und euren anscheinend irgendwie auf eine andere Stufe stellt, was Anstrengungheit angeht. Klar, ich schufte dich auf den Bau, aber trotzdem ist es anstrengend. Das ist ja auch für jeden individuell, was Anstrengung heißt. Was da noch für persönliche Faktoren, also auch körperliche oder auch umfeldmäßige oder so. Was wollte ich gesagt haben? Also ich habe hier noch aufgeschrieben, wenn man halt zum Beispiel neben dem YouTube-Geld, was man verdient, was wirklich mittlerweile nicht mehr viel ist, durch die ganzen Richtlinien und sowas und vielleicht auch die Produktplatzierung annimmt, dann hat man ja zum Beispiel auch noch Patreon oder sowas. Aber selbst sowas ist ja auch wieder Arbeit. Also weil, wenn du ein Patreon machst, dann willst du den Leuten ja auch was bieten. Das ist ja sowas wie, wenn du ein Twitch-Affiliate machst, dann willst du halt auch nicht nur einmal im Monat streamen, wenn dir jemand dafür Geld gibt. Da fühlst du dich ja auch schlecht mit. Und ich sehe das halt zum Beispiel bei Kathi Winter, die jeden Monat eine Postkarte, ein Foto macht, mit einem, ja was heißt Cosplay, mit einem Kostüm einfach, das bearbeitet, das drucken lässt und das an alle Patreons schickt. Das ist so hammerkrass. Und ich frage mich, also, so einerseits sagt man sich so, okay, vielleicht kann man sich durch das Patreon-Geld auch nicht nur privat, ne, sich damit vergnügen, sondern zu sagen, hey, hol mir einen Cutter. Ich hol mir einen Autor, der mir hilft oder sowas. Einen Sprecher, der vielleicht richtig geil ist, den du ganz gerne mal haben würdest in deinen Hörbüchern. Das wäre, ist alles ganz geil, aber neben einem richtigen Job ist das halt einfach mega aufwendig. Aber trotzdem würde ich ganz gerne nochmal zur Qualität und Quantität gehen. So, ich merke halt, also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Geschichte hätte auf meinem Kanal, so, und das machst du nur einmal die Woche, dann sagen die Leute, warum kommt es denn zum Beispiel nicht jeden Tag, jeden zweiten Tag oder so, und du sagst aber, ja, ich habe aber keinen Bock immer nur auf eine Geschichte. Ich möchte, ich habe so viele Ideen und auf so viel unterschiedliches Bock und deswegen mache ich halt schon jede Woche nur einen Part. Dafür habe ich aber jeden Tag eine andere Geschichte, weil ich da Bock drauf habe. Aber das Problem ist, du hast dann so viel Druck, dass du jede Woche auf jeden Fall für jede Geschichte auch einen Part machst, weil die Leute darauf warten, weil vielleicht eine Person nur montags die Geschichte hört und jeden Montag wartet, aber dann kommt die nicht und sowas. Also man macht sich halt selber so einen Druck und deswegen, da komme ich jetzt wieder auch, weil die Leute halt was erwarten, aber weil man halt auch selber Bock hat und man geht in so eine Spirale, finde ich. Und deswegen meine ich halt auch Workaholic, weil wenn du wirklich davon abhängig bist und du weißt ganz genau, okay, wenn ich mehr Videos mache, bekomme ich mehr Klicks und ich bekomme mehr Geld. Das heißt, du verbringst nicht mehr so viel Zeit für deine Videos, die Qualität geht nach unten, die Quantität geht nach oben, wenn du ganz alleine das machst. Sei es halt, du kaufst halt irgendwen ein, aber dafür musst du erst mal das Geld haben. Und da ist halt so die Frage so, vor allem, also ich mache das aus anderen Gründen, nicht wegen dem Geld, sondern ich mache das, weil ich auf mehrere Projekte Bock habe, aber die, die jetzt zum Beispiel selbstständig davon sind, stehen die da so hinter? Sagen die, okay, dann geht die Qualität halt runter, interessiert die Leute doch eh nicht, da könnte ich auch ein rauschendes Mikrofon haben, wofür brauche ich ein neues Mikrofon? Also wo, wo machen die Leute dann Abstriche oder womit können die das denn selber sagen, steht man da noch hinter? Wie zum Beispiel bei mir jetzt die Begegnungen, man merkt, es kommt gut an, man will es auch weitermachen, man hat seine Ideen im Kopf, aber irgendwann merkt man, okay, irgendwie verrennt man sich dann etwas und merkt so, okay, vielleicht hätte man doch vorher aufhören sollen. Sie hat es gesagt! Nein, und da geht es wieder um Quantität und Qualität. So zurückblickend ist man auf einige Projekte vielleicht echt nicht immer stolz, auf andere Parts auch nicht, weil man einfach sagt, okay, ich muss das jetzt raushauen, ist mir scheißegal, wenn da jetzt, ich weiß nicht, Schnittfehler oder so drin sind, weil ich schnell gearbeitet habe und das ist so, auch wieder so ein Ding, wo steht man hinter? Steht man lieber der Qualität oder der Quantität hinter? Und das ist super schwierig und eben, da kommt man dann schnell in das Burnout, wenn man viele Videos macht, weil man mehr Geld verdienen muss, weil man sich ja, man muss, man vergessen ja viele Leute, wenn du selbstständig bist, bist du nicht versichert. Du musst deine fucking Versicherung selber bezahlen. Und steuern, Leute, steuern. Steuern, auf jeden Fall. Ich muss jetzt auch schon Steuern zahlen, also das alles, was ich reinbekomme, auch durch Produktbeziehungen, irgendwas, da muss ich ganz normal Steuern drauf zahlen. Es geht ja drüber mittlerweile. Bitte? Es geht ja so ein bisschen, es ist ja ein bisschen die Frage, selbstständig und Kleingewerbe und sowas, aber das sind ja Steuern. Ja, ich habe ja mein Kleingewerbe, weil ich muss ja trotzdem Steuern zahlen. Ja, klar. Aber eben, wenn ich jetzt meine richtige Arbeit nicht hätte, und das will ich niemals, weil ich genau wüsste, also ich hatte das schon öfters, wenn ich auch irgendwie für außerhalb YouTube, für Leute irgendwie was aufnehmen musste oder sonst irgendwas, ich würde so kaputt gehen, wenn ich selbst, selbst davon leben müsste. Ich würde nachts im Bett nicht schlafen können, das habe ich schon so oft gehabt, weil ich so viel Druck habe. Ich habe die ganze Zeit diese To-Do-Liste im Kopf und denke mir, okay, wieso versuchst du überhaupt zu schlafen? Mach doch einfach die Nacht durch, damit du das alles irgendwie schaffst. Und dann sitzt du vorm PC und bist trotzdem hundemüde, aber wenn du ins Bett gehst, kannst du nicht schlafen. Ja. Und, also, man will halt irgendwie trotzdem größer werden und auch mehr machen, aber dann fragt man sich wieder so, will man das überhaupt? Dann kriegt man nichts mehr gehandelt, man hat nur noch mehr Stress und es ist einfach so dieses, also, weißt du, was ich meine? und jetzt, die alle, die dazugehört haben und überlegt euch jetzt nochmal ganz genau, wann ihr das nächste Mal eine Wann kommt, Frage in die Kommentare schreibt. Ja, ist doch so. Es ist immer wieder, wenn ich so, vor allem, und es ist halt jedes Mal unter einem neuen Kapitel kommt die, ja, und dann kommt das nächste. Ja, und dann kommt das genau. Ich hatte fucking Arbeit damit, schreib doch mal einen netten Kommentar, der jetzt einfach dich um dieses Geschichte handelt und nicht, ja, mach, 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 so. Vor allem, wenn man halt, weil, weil man halt noch nebenbei einen normalen Job hat, so, offiziell 9 to 5 oder 6 Jobs, ne, we know, it can be, äh, anders so, denglisch. Ne. So, es funktioniert nicht immer mit 9 to 5. Ich hab momentan das Glück, dass es bei mir grob funktioniert, weil ich Azubi bin, ich weiß, aber ich seh das ja bei, bei anderen Mitarbeitern, dass das nicht funktioniert, auf keinen Fall, ähm, und das ist so eine Sache, wo man sagt, okay, und dann macht man das, auch weil man da fucking Spaß dran hat, aber es ist halt eine Sache, die dir super viel Druck macht und du denkst dir so, ich denk mir auch jedes Mal, boah, jetzt hab ich Wochenende, jetzt hab ich Zeit, das zu machen, aber irgendwie hab ich das Gefühl, ich will schlafen, ich will einfach nur, ach, irgendwie meinen Akku aufladen, und mein Akku ist einfach tot und ach, also, da fällt mir grad auch wieder ein, eben, da ist man auch bei diesem, ähm, den Druck, aber dass, dass man das Gefühl hat, man arbeitet dann und ich hab letztens auf der Arbeit mal gesagt, zu mir, zu einem Kollegen gesagt, so, ey, ich würd voll gerne wieder Handball spielen, sonst irgendwas, ich hab einfach, aber, also, dann hab ich wieder, das war so eine richtig stressige Zeit, hab ich gesehen, guck und daran siehst, siehst du, ich kann Handball nicht machen, ich würde viel zu viel Geld für nichts ausgeben, ich kann keine Hobbys haben und er meinte, du hast doch ein Hobby und ich so, hä, wovon redest du denn? Was soll ich denn für ein Hobby haben? Ja, du hast doch deinen YouTube-Kanal und dann war für mich so, okay, krass, für ihn sieht es aus, als wäre es ein Hobby und ich bezittel das mittlerweile wirklich als Arbeit, ich sage immer, wenn ich nach Hause gehe, arbeite ich weiter. Ähm, es ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch weiter Arbeit, weil man auch irgendwie Geld dafür bekommt und sonst irgendwas, ähm, also, meine Arbeit macht mir ja auch Spaß, so meine richtige Arbeit. Ja. So, ähm, und ich mache es ja im Prinzip auch freiwillig, sonst würde ich in einem anderen Bereich arbeiten und deswegen sehe ich trotzdem YouTube schon immer irgendwie als Arbeit an, aber deswegen gibt es halt auch oft Tage, wo du sagst, boah, heute habe ich keinen Bock. Ja. Auch heute habe ich keinen Bock zu streamen. Ich weiß, freitags wird immer gestreamt, aber heute habe ich einfach keinen Bock. So was. Ich finde das halt auch, das kommt so oft vor. Weil du jetzt auch so, der Unterschied zwischen mir und dir ist zum Beispiel auch, du hast einen größeren Kanal, du verdienst ja mit Geld, für mich ist es halt wirklich Hobby, ne, also ich, ja, ich könnte wahrscheinlich mittlerweile, ich würde es wahrscheinlich erst nach drei Jahren ausgeteilt kriegen, aber ich könnte mich als, ähm, sozusagen in diesem Programm anmelden, das geht mittlerweile, ähm, theoretisch, aber, ja, ne, müssen wir beide, keine Ahnung, und ich müsste ja auch erst, naja, ist auch ein bisschen steuerlich sein Problem, egal. Auf alle Fälle für mich ist es ein Hobby, und, ähm, aber für mich ist es auch so ein bisschen, ich verstehe, was du meinst mit, ich gehe ja eigentlich super gerne zum Sport, ich würde auch super gerne wieder Volleyball spielen, momentan ist es nur Fitnessstudio, und ich mache das theoretisch gerne, aber wenn ich dann um, jetzt heute um Viertel nach sechs zu Hause bin, und dann denke so, jetzt gehe ich zum Sport, und das dauert dann auch nochmal anderthalb Stunden, und dann ist plötzlich irgendwann, keine Ahnung warum, fliegt die Zeit, und plötzlich ist es 22 Uhr, und dann muss ich echt schon wieder ins Bett, weil ich arschfrüh aufstehen muss, und dann denke ich so, was mache ich in meinem Leben eigentlich? Was tue ich? Ich arbeite und schlafe. Aber deswegen bin ich halt immer, ja, deswegen bin ich halt immer voll lange wach, und habe voll wenig geschlafen. Ja, zum Beispiel, ich kann das nicht. Also wenn ich bis fünf und nachts wach bin, ne? Mir ist zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe und merke, ich habe nicht geschlafen, ist mir so kackenschlecht, dann kann ich liegen bleiben, dann kann ich nicht zur Arbeit gehen, weil mein Körper das einfach nicht mitmacht. Es geht nicht. Ich bin dann einfach so, also wenn ich merke, ich habe auch Tage hintereinander nicht genug Schlaf bekommen, das sagt mir mein Körper. Das ist so ein bisschen der Unterschied, irgendwie du bist, dein Körper sagt ja auch einiges, ne? Also es ist nicht, aber du bist mehr so der Typ, der irgendwie das durchziehen kann, auch wenn du danach voll kaputt bist, aber, ne? Und ich habe auch, dann habe ich aber zwei Wochen, wo ich sage, ich kann gar nichts machen. Ja, ja, aber das ist dann diese Sensibilität, dass dein Körper sagt, äh, 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 äh. Und bei mir sagt er das mittlerweile relativ schnell. Da sagt er so, vielleicht auch, weil wieder Winter ist, ich weiß es nicht, aber sagt so, ja, du musst jetzt das und das machen. Also wenn du jetzt nicht genug schläfst, Da kannst du die nächsten Tage vergessen, dann bist du auch wieder krank. Ich war in letzter Zeit viermal hintereinander erkältet, mit Halsschmerzen, alles. Das stimmt. Und ich war, ich war die letzten zwei Jahre nicht erkältet, also echt nicht. Und ich denke mir so, alles hat er, erstens hat er einen Grund, dass ich im Kundenverkehr bin, aber, dass ich so anfällig dafür bin, hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass mein Körper einfach momentan keine Abwehrkräfte hat, zu sagen, ja, ich halte das jetzt auf, sondern der Körper sagt so, ich schläge mich hin und schlaf und du kannst krank sein und dann wieder. Und Melina kennt meine Sprachnachrichten. Ich war richtig, also, ja, tot. Und ich denke mir jetzt mal so, ich war so lange nicht und es ist halt so, du merkst halt mittlerweile richtig, wie dir Sachen, wie dein Körper dir bei manchen Sachen sagt, stopp. Und dann denkst du, ich hätte gerne, ich würde gerne meine Hobbys machen, aber eigentlich schlafen. Ja. Und das, das klingt so nach einer dummen Entscheidung, so schlafen, aber das ist halt so eine Sache, die, die, die so wichtig teilweise ist. Also, man glaubt, wir sind noch nicht mal Eltern, weißt du? Ja. Weil was ist denn dann, wenn wir Kinder haben? Wir sterben. Ich hab keine Zeit für. Wir sind gar nicht dafür gemacht. Das ist auch so eine Sache. So, ich hab, ich hab in letzter Zeit oft bei Tinder mit Leuten geschrieben, wirklich mit Leuten nett geschrieben. Ich hab keinen davon getroffen, weil ich auch irgendwie dachte so, ich hab keine Zeit, mich mit irgendjemandem zu treffen. Ich hab keine Zeit für eine Beziehung. Mhm, Beziehung. Eigentlich hätte ich vielleicht jemanden gerne an meiner Seite, wo ich sagen würde, ja, mal, wobei ich auch ein Mensch bin, Melina kennt das so nach dem Motto, ja, wir treffen uns einmal pro Woche und dann kann's auch wieder gehen. So, ich brauch Zeit für mich alleine. Das ist einfach so. Ich bin so ein Mensch, der sagt so, aber generell wäre es schön, Partner zu haben. So, auch in einem Alter, wo man sagt, okay, man plant so mittlerweile ein bisschen. Ich möchte keinen zukünftigen Partner abschrecken. Ich rede nicht sofort von hohen Zeit, aber man ist irgendwann in einem Alter, wo man sagt, okay, irgendwie muss ich schon für die Zukunft planen. Fuck, Mirella ist jetzt schwanger. Was? Das hast du nicht mitgekriegt. Im sechsten Monat? Nein! Im sechsten? Ja, im sechsten Monat. Alter, um mich rum, meine Cousine, die ist jünger als ich, die heiratet jetzt nächste Woche. aber so Mirella, ich weiß nicht, für mich ist das so ein Punkt. Die ist doch auch so alt wie wir. Ja. Ist die von 93? Ja, so ein, zwei Jahre älter, genau. Und ich stell mir so, in dem Moment, sag ich mir so, ich hab keine Zeit, mich mit irgendwie, ich kann mich nicht so auf Facebook. Ich hab, ich hab mit der Tochter mir dann irgendwie so, okay, die Hochzeit hab ich noch mitbekommen, aber seit wann haben die ein Kind? Es ist einfach so, meine ganzen Schulkameraden und ich bin so, ey, und ich hab noch nicht mal einen Typen hier. Story des Todes, ich war vor, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, das muss irgendwann 2016 gehen. Auf jeden Fall, vor ein paar Jahren war ich auf der Hochzeit von einer Freundin von mir, von meiner damaligen besten Freundin, ich hab aber lange keinen Kontakt, weil ich in Bayreuth war und so, Wer ist das? Keinen Kontakt gehabt und meine Großcousine war tatsächlich dann Trauzeugin bei deren Hochzeit. Das war ein bisschen süß, weil die sich auch irgendwann sehr gut verstanden haben, durch mich kennengelernt und so, aber gut, ne? Witzigerweise, meine Großcousine, er ist sehr gut mit ihrer Schwester befreit, es ist eine sehr witzige Geschichte. Auf alle Fälle, hab ich sie dann lange nicht mehr gesehen, weil ich ja weg war und so und dann hab ich meine Großcousine, irgendwann haben wir zwischendurch immer getroffen, aber jetzt hab ich letztens meine Großcousine in der Stadt getroffen und hab mit ihr geredet und dann meinte sie so, ja, wir haben uns das letzte Jahr, wann haben wir das letzte Mal gesehen? Ja, auf ihrer Hochzeit und ich so, ja, krass und sie meinte so, ja, und jetzt hat sie schon ihr kleines Töchterchen und ich so, what? Krass. Stopp. Und jetzt hat sie mir ihre Nummer gegeben und jetzt hab ich ihr mal geschrieben, so, ey, wir können sie ja mal wieder treffen, eine Runde quatschen. Aber betone dein, dein Bike. Ich möchte dein Baby sehen. Oh. Und entführen. Oh. Und dann denk ich mir so, krass. So, ich hab da, ich kann nicht, ich kann, ich wüsste nicht, wann ich mich jetzt mit irgendjemandem, treffen sollte. Ich hab nur die Hoffnung, dass ich irgendwann zufällig, irgendwie irgendwo meinem Traummann begegne und der sagt, ey, ja, du bist meine Traumfrau, lass zusammen sein. Ja, ich wüsste noch nicht mal, wie oder wo. Ja, ich auch nicht, weil ich geh ja nicht raus. Ich bleib ja in meinem Haus. Ich hab keinen Bock auf diese Anfangsscheiße. Ja, ich auch nicht. Ich möchte gerne nach Hause kommen und sagen, okay, da ist wer, ich freu mich, wie so ein Hund, aber ich geh jetzt in mein Arbeitszimmer und mach mein Ding und dann schlafen wir gleich zusammen in einem Bett. Ja. So, so ein bisschen Zweisamkeit dann abends aber so, dass jeder noch seinen Scheiß machen kann. Genau, aber ohne diese ganze Scheiße davor. Und ich, ey, du, und vor allem, ich hab ja, wie gesagt, mich bei Tinder angemeldet und dann hast du die gleichen Unterhaltungen immer wieder so nach dem Motto, ja, ja, hi, wie geht's, ja, was machst du? Ja, hab ich dir schon mal erzählt. Ich hab mir gesagt, ja, ich zock mir so, ja, was zockst du denn? Ey, jetzt hab ich gesagt, ja, das und das und das und das, ja, Merce, hier, Overwatch und so. Ja, da hab ich halt gesagt, ja, ich bin halt nicht so der Pro-Gamer, aber ich mach das, mir macht das halt Spaß so, ja, Merceyman oder was. Und du kriegst halt, da möchte ich nicht zu viel sagen, weil, naja, das kommt vielleicht gleich noch. Und das sind so Sachen, wo immer die gleichen Gespräche anfangen und du dir einfach nur denkst, ah, ich hab keine Zeit für sowas und ich hab auch keine Zeit, jetzt aber auch irgendwo hinzufahren. Ich hab mittlerweile, erst hab ich gesagt, so, hm, aus der Gegend ein bisschen strange, mittlerweile hab ich den Radius so weit runtergedreht, weil ich mir denke, so, ich hab keine Zeit, bis Timbuktu zu fahren. So, wenn du nicht im 10-Kilometer-Radius bist, dann, ähm, sorry. You're out. You're out. Es funktioniert nicht. Ich hab, ich hab mir schon überlegt, keine Ahnung, hat mein Bruder nicht irgendeinen Kumpel, wo ich mir denke, das wäre easy, so, keine Ahnung. Oh nein, oh Gott. Es wäre strange, aber es wäre halt easy. Wenn du Dennis, wenn du das hörst, das meine ich nicht ernst, keine Sorge. Aber es wäre so, the easy way out. Weißt du, was ich meine? Es wäre so Sachen, in dem Motto, ja, irgendwo, irgendwie, irgendwie, aber, es ist halt echt nicht so, dass man, dass man in Anführungsstrichen nicht möchte, der sich Bitsche rüberkommt, weil er keine Angebote hat, aber man möchte ja auch irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst. Man plant zu sehr. Machst du auch ein Treffen aus, oder so, und dann denkst du, ja, vor allem, man plant mittlerweile zu sehr für die Zukunft, weil man einfach ein gewisses Alter erreicht hat, wo man sagt, ich kann es mir nicht mehr leisten, jetzt so, also ich hab keine, ich muss mich nicht unbedingt. Was heißt leisten? Du hast einfach keinen Bock. Ja, ich muss mich jetzt nicht mit einer Person unbedingt sofort treffen, sagen, es ist eine Beziehung, aber, keine Ahnung, wenn wir uns treffen, es keine Beziehung wird und ich mag dich und wir sind Freunde, dann check auch, dass ich das freundschaftlich meine, so, bisschen strange, die Antwort, aber es ist halt so, es ist halt so ein bisschen, man denkst so, ja, wir können uns treffen, unterhalten, aber wenn du dich dann mit denen unterhältst, ne, und dann merkst du, okay, der ist ganz nett, aber echt nicht mein Typ, aber ich mag es mit dem zu reden, aber die checken, also, du kannst den ja nennen und nicht sagen, ja, wir haben uns auf Tinder kennengelernt, aber ich will eigentlich nichts von dir, ich finde nur toll mit dir zu arbeiten. ich weiß, was du meinst. Ähm, das ist so, so eine mega blöde Situation und denkst so. Deswegen mag ich das Wort Date übrigens auch nicht, ich mag eher dieses Kennenlernen. Ja. Warum, warum kann man nicht einfach irgendwie erstmal einen Abend verbringen und das erstmal auf freundschaftlicher Basis machen, so. Ja. Wieso muss man sich denn mal direkt so, quasi beschnuppern oder sowas, ist das, oh, ich weiß auch nicht. Vor allem, das Problem ist zum Beispiel, wenn ich mal mit dir weggehe, gehe ich meistens mit dir weg und in Köln und das ist wieder so der Radius, wo ich sage, es funktioniert nicht, ich kann mir niemanden eine Beziehung anfangen, der in Köln wohnt. Wir würden aber auch, glaube ich, keinen Typen richtig bekommen, weil wir als Lesben durchgehen, vor allem in Köln. Ja, immer, wenn wir zusammen unterwegs sind. Aber es ist nicht so, dass ich nicht mit Leuten flirte, wenn wir zusammen unterwegs sind, aber es ist halt, wo ich mir nachher immer denke, ja, scheiße, die kommen halt aus Köln, da fahre ich fucking anderthalb Stunden hin. ja. Mann, das ist ja ganz neu. Ja, und ich habe keine Ambitionen umzuziehen, so, weil ich einfach weiß, okay, nee, du nicht. Ja, das stimmt. Ja, aber ich meine das jetzt auch so, keine Ahnung, es hat nicht mal unbedingt was damit zu tun, dass ich gerne bei meiner Familie, ich bin gerne nah an meiner Familie, aber ich finde die Gegend, ich fühle mich hier zu Hause, es ist so meine Gegend, wo ich sage, ja, ich kann mit dem Auto, kann ich in anderthalb Stunden in Köln sein, das ist überhaupt kein Problem, wir treffen uns ja so mittlerweile, es ist in Ordnung, wir treffen uns vielleicht nicht so häufig, weil es dann schon eine Entfernung ist, aber man kann relativ zügig in irgendeiner Stadt sein. Das musst du zugeben, es ist einfach so. Klar, du kannst nicht einfach abends weggehen, aber trotzdem habe ich so ein bisschen dieses, es ist kein Dorf, aber es ist so ein bisschen ruhiger, ich habe Aussicht, ich habe Natur, ich habe Luft zum Atmen und das gefällt mir, das ist so, wo ich sage, ja, selbst wenn ich eine Familie gründe, ist das der Platz, wo ich sagen würde, da kann ich eine Familie gründen und auch Kinder großziehen, wenn ich mal Kinder haben sollte oder so. Das ist so und deswegen weiß ich halt einfach, mittlerweile ist auch so eine Internetanwendung hier gut und sowas, es ist kein Grund mehr zu sagen, ich muss hier nicht bleiben und deswegen weiß ich einfach, wenn ich jemanden treffe, brauche ich jemanden, der zumindest hier in der Gegend bleiben will und wenn ich nicht in diesem Haus, wobei, naja, egal, auf alle Fälle ist es so eine Sache von, man plant ja irgendwie so und das ist halt so eher meine Größe an Ort, wo ich sagen würde, da bin ich halt gerne und da komme ich mit klar und das macht mir hier es angenehm und deswegen. Das Problem ist glaube ich aber, dass du die auch in diesem Radius sind, sonst irgendwas, dass jetzt die Typen meistens schon diese typischen Frauen, die auf dem Dorf wohnen. Ja, das ist ein Problem, da hast du vollkommen recht. Haben. Ja. Das sehe ich ja bei mir in meiner, in meiner Hut von früher. Nein, das Problem ist auch, ich dachte, du sprichst ja das auch, aber das Problem ist halt auch, dass das und ich möchte das nicht abwerten meinen, so überhaupt nicht. Ich weiß, was du meinst. Aber, ähm, bei manchen Sachen hast du einfach das Gefühl, also, das klingt so auch egal, wenn man sagt, man ist intellektuell nicht auf einem Level, aber ich brauche halt jemanden, mit dem ich mich auch unterhalten kann und wenn jemand sagt, auch so über einfach Sachen wie Filme und es geht nicht und entweder hast du die Personen, die da zu kulturell unterwegs sind, wo du denkst so, ja, ich sehe auch gerne was explodieren, chill mal mit deinem Kulturfilm. Oder du hast so richtige Nerds und die steht man dann auch nicht, weil die dann auch wirklich wie Nerds aussehen. Oder Leute, die im Publikum stehen haben, ich zocke, ja, was zockst du, FIFA? Ja, komm. Danke, du hast dann auch noch die Sexisten oder sowas? Ja, es ist einfach immer so, wenn du denkst so, ja, können wir uns nicht einfach irgendwie normal unterhalten und du denkst, und mittlerweile, ich gebe es zu, ich gucke mittlerweile auch auf den Beruf, so, also, ja, es ist für mich auch so, wenn ich weiß, okay, die Person ist, also, ich, kein Beruf abwerten, so meine ich das überhaupt nicht, aber es gibt schon Berufe, wo ich sagen würde, ja, damit kann man besser planen, die sind ansprechend, ja, so, also, es ist kein, also, es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt mit Traummann kennenlernen würde, würde ich das jetzt nicht am Beruf festmachen, das möchte ich ganz klarstellen oder so, ne, aber es ist halt trotzdem so eine Sache, du hast mehr Komponenten im Blick, weil du einfach irgendwie weiterdenkend planst. Hat der blaue Augen, ist er blond zum Beispiel, ist er arig, ja, sowas halt. Als ob, ich musste letztens so, ich habe AfD-Zitate gesehen, und da stand so, habe ich dir schon erzählt, so, ja, in Zukunft müssen sich, äh, Frauen, gerade Blonde mit blauen Augen, echt in Acht nehmen, und ich gucke in den Spiel und denke mir so, ach, Glück gehabt. Gerade nochmal, gerade nochmal drumrum gekommen, so, ja, was für Vollhorst, vielleicht wollen wir trotzdem abschließend nochmal eine Runde zurück machen. Ja, wo waren wir? Ey, so war das nicht geplant. Wir hatten heute darüber gesprochen, dass es manchmal uns schwerfällt, uns, ähm, aufzuraffen, Videos zu machen, wir haben auch sehr viel gesagt, was uns demotiviert, aber vielleicht abschließend, was motiviert dich denn immer, Videos zu machen, oder, ähm, im Social Media Bereich unterwegs zu sein? Die Kommentare und Leute, die dann sich einfach dafür interessieren. Es ist ein bisschen eine Geform von, ja, es ist so, es ist manchmal sogar eine Form von aufmerksam geil, deswegen habe ich am Anfang die Frau auch mit Ja beantwortet. Ich kann definitiv süchtig davon werden, Likes zu bekommen. Das ist einfach so, ich habe letztens ein Foto hochgeladen, dass ich, was vielleicht nicht super professionell war, dass vielleicht gesehen wurde, dass ich auf diesem Baumstamm sitze, aber ich fand das schön, so, weil ich das Foto gemacht habe und dachte mir so, ich sehe ganz gut drauf aus, ich bin nicht die body-positivste für mich selber Person, so, äh, die es gibt, weil ich habe schon so Sachen, wo ich mir denke, mh, Fotos, ne, äh, Ganzkörper, schwierig, aber, ähm, das fand ich schön und sowas und dann habe ich halt schon immer geguckt, wie viele Likes kriege ich denn da jetzt im Vergleich zu anderen Fotos? Ja, man vergleicht es einfach tatsächlich. Ich habe zum Beispiel ein Foto gemacht, wo ich mir denke so, ja, das war halt schon sehr gut positioniert, dieses Foto und es ist sehr, wo ich richtig viele Likes drauf gekriegt habe, wo ich mir dachte so, aha, ich habe nämlich letztens am Bikini-Foto versucht und es hat funktioniert, hat funktioniert und ich war sehr, ähm, Weißt du auch, welches Foto bei mir gut funktioniert hat? Weißt du, was ich meine? Dieses Foto mit den glätteten Haaren und dem Rollkragenpulli und dem Gläppchenstil. Es hat, es hat gezogen und dann denkst du manchmal so, ja gut und dann freut man sich über die Likes und sowas, das ist schon eine Sache, aber natürlich, wenn du dann halt, ich habe teilweise so liebe Kommentare unter diesen, ähm, Wissenzeit macht, äh, Sachen gekriegt und auch unter dem Podcast, die Leute hören wirklich diesen Podcast und, Leute, ich möchte jetzt einen Aufruf starten, ne, wenn es irgendjemanden von euch gibt, der technisch begabt ist und sich mit einem RSS-Feed auskennt, wie man das macht, damit wir diese ganze Kacke auf Spotify hochladen können, weil es wäre unser richtiges Anliegen. Ich muss immer noch meinen Kollegen fragen und ich kann das, glaube ich. ich check einfach nicht wieder, ich kann teilweise Code lesen, so ist es nicht, aber ich check es einfach nicht, wie ich das mache und es ist halt mega teuer, das durch ein Programm machen zu lassen. Das wäre unser letzter Ausweg, zu sagen, okay, wir teilen uns die Miete dafür, das zu machen, das wäre halt nur ungünstig, wenn man es kostenlos machen könnte. Ähm, dementsprechend, wenn es irgendjemanden gibt, der sich damit auskennt, bitte meldet euch bei uns. Also es geht darum, dass wir halt unseren Podcast auf Spotify hochladen können und ihr den dann da auch kostenlos hören könnt. Ja. Und euer Handy dabei sogar auf dunkel machen könnt. Ja, genau, weil ihr jetzt hier natürlich über YouTube hören müsst und so. Schwierig. Und es gibt wirklich tatsächlich Leute, die sich gerne diesen Podcast anhören und mir tatsächlich letztens jemand schon vorgeschlagen hat, warum ladet ihr eigentlich immer das Gleiche hoch? Da klaut euch die ihre Zuschauer. Macht es doch in zwei Parts oder abwechselnd. Und da dachte ich mir so, hm, hätte immer nur einer, die Schneiderarbeit. So, aber nee, das finde ich doof. Ja, ich weiß, was du meinst. Wir machen das ja aus einem bestimmten Grund. Wir haben das ja damals schon, darüber haben wir ja diskutiert gehabt, wie wir das machen. Und, äh, ich wollte nur sagen, dass sich wirklich Leute darüber Gedanken machen, dass wir wirklich unsere Klicks... Bei dir, glaube ich, mehr als bei mir. Weil du noch so klein bist und die Leute sich wirklich für dich so interessieren. Bei mir ist manchmal einfach nur, okay, sie macht viele Videos, lass mal folgen. Ich habe übrigens auch Kommentare gekriegt, dass wir beide wieder zusammen kochen sollen. Hm. Ich hatte letztens wieder eine Idee, die wollte ich dir eigentlich auch schreiben, aber dann, ähm, war ich unterwegs und hab das doch nicht gemacht. Jetzt hast du es vergessen. Müssen wir mal später drüber quatschen. Ja. Ach, ach, ja. Auf alle Fälle, Leute, es seid ihr, die das motivieren. Also, das klingt total kitsch, aber es ist wirklich einfach so. Ich meine, warum... Warum sollte ich Videos sagen immer so viele Leute, aber ohne euch würden wir das ja auch alles überhaupt nicht in Erwägung ziehen, zu machen. Ja, allein jetzt zum Beispiel noch dazu gesagt, und das ist, das, da muss ich auch Melina verdanken, weil ohne Melina wäre das bei mir ja auch nicht so. Aber, als wir letztes Jahr auf dem Ellenwaldfestival waren und Melina ist die Hauptperson da und Melina hat gesagt, ey, komm, du bist immer dabei, du darfst mitlesen auf... Ne? Und dann, dass Leute auch zu mir hingekommen sind und so mir Fragen gestellt haben und sowas. Es war super strange, aber es war trotzdem so ein Balsam für die Seele irgendwie, zu wissen, okay, Leute finden das ganz cool, was man so macht. Weißt du, also, du wirst es nachvollziehen können, weil bei dir standen ja wirklich Leute Schlange. Das ist der Hammer. Hoffen wir, dass das Ellenwaldfestival dieses Jahr stattfindet. Oh, ja, ja, stimmt. Meinst du, Corona ist immer noch da? Die sagen mittlerweile, dass es doch nicht, dass es doch hitzeresistent ist und tatsächlich die Hochzeit Juni, Juli, August wird. Oh nein, das wäre so schade. Ja, vor allem Gamescom ist dann auch, ne? Also, es ist dieses Jahr mit den Veranstaltungen... Ja, Festivals generell, ne? Ja, Festivalsveranstaltungen. Wir haben noch eine Musicalkarte, ich bin mir nicht sicher, ob die stattfinden wird, aber mal sehen. Ja, gut. Ja. Tür, ne? Gut, ist Corona? Gut, ist Corona? Ja, mein Bier habe ich gerade ausgetrunken. Kein Podcast ohne Corona zu diesen Tagen. Ich schreibe nur Corona in den Titel für mehr Klicks. Jetzt können wir Corona in den Titel schreiben, der Hammer. Ich schreibe so Social-Tags in die Kommentare. Corona und ein bisschen Social-Media. Ja, vielleicht mache ich hier ein Wortspiel mit Corona. Mal gucken. Corona nennt Content Corona. Also, das wäre dann auch wieder nur so ein Clickbait-Ding, um zu gucken. Ich mache auch oft so Sachen, einfach nur, um zu gucken, wie es ankommt. Ja, wie war das mit Sekretärin? Ja, genau. Sekretärin, die nachts bei uns... Einfach, weil ich weiß, Riverdale kommt super bei Teenies an und die Zielgruppe auf YouTube ist ja auch sehr auf Teenies. Für Leute, die es übrigens nicht verstehen, Melina macht ja Gaming auch, unter anderem. Und bei Twitch haben wir mal einmal früher einen Titel gemacht, da hatte sie ihre Brille auf und so heiße Sekretärin liest nach... Sexy. Sexy Sekretärin spielt oder weiß nicht, liest irgendwas. Und dann waren plötzlich 70 Leute im Chat. Und du dachtest, das ist viel für mich auf Twitch beim Gaming. Das ist richtig viel. Also, das ist woher irgendwie so, ja. Also, ich hatte vorher die Zeit nur so sechs oder so. Ja, und dann plötzlich waren 75 Leute da und ich war mord und dachte mir, sieh mal so, oh oh. Also, das läuft. Alles sehr aufgegeilte Männer. Was sagt man so gut? Zeigt eure Brust in die Kamera, Mädels. Hm. Mhm. Äh, denk mal drüber nach. Tö, 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 tö Untertitelung des ZDF, 2020